Sie möchten sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren und dabei Ihre Mitarbeiter langfristig an Ihre Firma binden? Dann investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, denn eine gesunde und motivierte Belegschaft ist Ihr Human Capital und die Basis für den Erfolg Ihres Unternehmens. Unabhängig von Ihrer Branche, Ihrer Unternehmensgröße oder Ihren Bedürfnissen mit der betrieblichen Krankenversicherung Company, bietet die DKV Luxemburg als Mitglied der La Lux Gruppe maßgeschneiderte Firmenlösungen für die optimale medizinische Versorgung Ihrer Mitarbeiter. Stellen Sie die Gruppenversicherung individuell zusammen. Entscheiden Sie, welche Leistungen Ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. Ambulante Heilbehandlungen inklusive Kinesietherapie und alternativer Behandlungsmethoden, Sehhilfen und Augenlaseroperationen, Krankenhausbehandlungen oder zahnärztliche Behandlungen. Zu diesen klassischen Abdeckungen können Sie noch weitere Garantien hinzufügen. Den exklusiven Premium Service Best Care Plus als Soforthilfe bei ernsthaften und lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie die Auslandsreisekrankenversicherung Travel Plus für einen weltweiten Krankenschutz im Urlaub oder auf Geschäftsreisen. Der Gruppenvertrag sieht auch ein Fortführungsrecht vor. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter bei Renteneintritt oder Verlassen des Unternehmens seine Versicherung übernehmen kann und dies ohne Gesundheitsprüfung. Neben der Gruppenversicherung für alle Angestellten sind Sie frei, auch nur einzelne Gruppen zu versichern, also ein bestimmter Personenkreis wie Manager oder Direktoren. Oder Sie ermöglichen sogar die Mitversicherung von Familienangehörigen. Die Beiträge, die Sie als Arbeitgeber zur Absicherung der Krankheitskosten übernehmen, sind steuerlich absetzbar. Mit der Gruppenversicherung ermöglichen Sie Ihrer Belegschaft die Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes in vielen Bereichen, die nicht oder nur teilweise durch die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt sind. Vor allem aber profitieren Ihre Mitarbeiter vom direkten Versicherungsschutz, ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeit. Dabei ist Ihr Aufwand gering. Sie nehmen die An- und Abmeldung von Mitarbeitern ganz einfach über das Company Portal vor. Sie wollen noch mehr bieten? Dann erweitern Sie doch Ihr Employee-Benefits-Package mit der betrieblichen Altersvorsorge LaLux Stuff Protect. Kontaktieren Sie gerne unser Corporate Team für ein persönliches Beratungsgespräch.